So, hallo und jetzt willkommen zu einer neuen Folge Let's Planeer Automata. Wir gucken uns hier weiter mal die Invasion der Maschinen lesen. Beziehungsweise rennt er daran vorbei und hält eine Widerstandslage aus. Because that's wichtiger. Oha. Oha. Androids Duubi! 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 Das war's für heute. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich denke fertig, ja Komm jetzt haben wir neu, das wär zu blöd Das war's für mich, das war's für mich, das war's für mich. aber gemacht es kann man zweites lagern krass dass sie immer mal so das gesamte lager berant haben das steht aber keiner was Was zur Hölle? Wir können nicht ins Wasser. Macht das Schaden? Kann ich nicht sein, ne? Kann ich nicht scarschen? Wir haben die Leer Reibe. Wissen Sie sich zuschauen. Wissen Sie nicht. Nein, es ist kein Problem. Verwärts. Ansonsten, die die Schmerz- und 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 Schmerz. Ich habe hier noch eine gute Möglichkeit, sich zu heilen. Oh. Ey, hallo, da sind zu viele Maschinen. interval. Auch was er da weg. Zuhause ich dir. Ich wurde gerade weggelassen. Tobi! Endlich. Der Typ kommt wieder, ja? Mein Ass. Ja, natürlich. Elegante, elegante Landung, ja? Nein, ich habe mich verletzt. Ich war gut. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Was zur Hölle? Tobi! Du bist okay? Du bist okay. Ich werde diesen Verletzten verletzen. Ich habe es. Irgendwie Angst, da reinzurennen. Wir sehen schon seinen Kern. Oh Gott, Alter. Wie überfordernd. Das ist... Das ist jetzt absoluter mein Quacke, dass die... Okay, dann machen wir vorne. Kraftlauf zwischendurch mal. Jetzt nütze ich mich hier. Brot. Sind schon massig da rein. Maschinenkerne halt... Oh Gott, ey. Als ob Yves so krass ausrastet. Oha. Ja, wir haben jetzt gar keine Chance mehr. Das ist für Yuki gebeten. Bergen. Okay, wir müssen zu Pascal eilen. Wir scheißen, dass wir auf die Gegner. Wir wollen ihm helfen. Oh Gott. Gut, dagegen kämpfe ich mal noch nicht. Wir rennen jetzt einfach mit Pascal durch. Oh Gott, sind hier viele Gegner. Juckt mich nicht. Aber hier lang geht's schneller. Go, 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 go. Lauf. Wir sind irgendwann schon Stufe 33. Und dann müssen wir alle sagen. Ich weiß nicht, dass wir die Nutzung auf dem Netzwerk verabschieden sind. Wir sind in der Nähe der Strecke, und wir sind in der Nähe des Strecke. Aber wir sind in der Nähe des Strecke? Erstens, wir werden sie wegnehmen. Daher ist jetzt ein bisschen weitergekehrt. Alter, wenn ich jetzt hier nicht gekommen bin, easy. Nee, richtig krass. Weiter. Ja, ich weiß nicht, was ich hier in der ganzen Welt ist, was ich hier in der ganzen Welt ist. Er ist klar. Dann können wir ihn nicht... ...probieren zu beruhigen? Wir müssen dann immer länger töten, oder? Ja, hier hat Schuss. Bock auf dich. Eher, das ist schon das Finale. Das wäre ziemlich scheiße. Ich glaube aber nicht. Also ich hoffe nicht, sagen wir so. Ich glaube, ich wollte gleich berufen, aber das kann ich. Oh, Two-Face. Du bist hier? Oh, Two-Face. Du glaubst, was du? Das ist kein Sinn, das ist. Also so krass können sie überhaupt. Alles klar, übertreib bitte noch mehr. Ey, ist doch, ich wollte schon sagen, es hat aber keine Leichen wie. So, ein leichtzähliger Soldat verhörte die Kraft des Feindes in den Tiefen der Höhle. Da beten wir für ihn und bergen. So, Autoheilung, immerhin. Wir kommen da, glaube ich. Oder können wir. Oder nicht. Daran wir es runter. Kommer da hoch. Hallo. die wahnsinnig können wir werden nein nein ja 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 Ich habe den von letzter getrennt. Geil. Sorry, der ist so leise, ich muss mich noch mega konzentrieren. What? Unsere Klinge ist doch was? Oha, der nehmt einfach immer noch, wahrscheinlich. Aggressionstherapie. Gut, ich hab noch meine Waffen, das wollte ich ja wissen. Nee, ich würd gerne irgendwie in den Nahkampf, können wir das einrichten? Gut, äh, ich sah an Maschinen eine Parade gewesen auf den grünen Wiesenbergen. Das, äh, gibt es so mit. Immerhin, Feuerkraft der Willen, wär das doch praktisch. Ey, Junge, ich will schon hier in den Nahkampf, ne? Alter, was haben die bitte für eine Kampfkraft? Yo. Oh mein Gott. Ich kann doch kein Pod-Programm mehr benutzen, ne? Au, okay, ich hab vielleicht auch so lauf, dass wir nicht knackig haben. Au. Ja, wir können nichts mehr machen. Ja, wir können nichts mehr machen. Ich würde ihn nicht... Warum? Ich glaube noch lange nicht, dass das alles so ist. Ich glaube noch lange nicht, dass das alles so ist. Was? Ach stimmt, er konnte von auch. Ich habe ihn verletzt. Ich habe ihn verletzt. Ich habe ihn verletzt, als er sich verletzt hat. Was? Ja, ich habe ihn verletzt, wie er muthen ist. Ich fange nicht mehr von mir an's. Ja, das ist ja, lösst du aufgedrabernst. Ich gebe dir keinen Wunsch zuviel und einfach ausgeden. Ich werde dir keine Wunschungen mehr finden. Ich finde, ich finde, dass wir das nicht verletzt haben. Also, ich würde mich nicht verletzen. Wehe, das ist das Spielende. 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 Okay. 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 Violin, Cellos, Kontrabasse, Gitarren, Trompeten, Fü- Alles klar, hab's ja alles benutzt, äh... Äh, das, also das Spiel ist Hammer, ja, also... Oh, Scheiß, ich find's geil, äh, es ist einfach... Wie soll ich das jetzt am besten aussagen? Es ist einfach eins, der wirklich... Es ist ein tiefgründiges Spiel, es packt dich, wenn du es dann wirklich spielst. Hm, und die Story ist ja auch mega interessant, ich hab jetzt komplett... Äh, ich hab jetzt, glaub ich, drei Missionen von der Story am Stück gemacht. Weil ich mir jetzt frage, gibt es eine Möglichkeit, die ganzen Androiden nicht zu töten? Ich glaub, das Spiel nur nicht mal auf 100% von Trophäen. Ich hoffe mal, dass die Musik ein Copyright hat... Ich hoffe mal, dass die Musik ein Copyright hat... ... und doch hab ich ein ziemliches Problem. Hm... Ich könnte es überspringen. Aber nö. Ach, du heilige Scheiße, haben da viele Leute damit gearbeitet. Oh mein Gott! Ja, ich komm, wenn man irgendwas hier nebenbei machen könnte, gibt's ja ein anderes Spiel. Als du dann eben ein paar Sachen machen darfst. Ich kann übrigens sagen, Kaugummi-Fatzen muss hören, so ne? Ähm... Ja, auf jeden Fall. Also, ich kann das Spiel nur weiter empfehlen, wenn man zwar selber spielen will. Das hat sich jetzt blöd, so, ne? Am Ende von den Let's Play. Hm... Die Musik ist auch so geil in diesem Spiel. Der Soundtrack ist einfach der Beste. Wir haben noch ne Menge nicht gemacht, da hab ich die mitbekommen. Denn, eh, draufhin gibt's noch ein bisschen was, was man noch machen kann. Ich glaub, das Spiel hat auch so drei, vier Enden. Ich muss mich echt mal informieren, wie wir die ganzen anderen Enden machen. Das ist Hardcore, das Spoilere. Und das herausfinden dauert auch ewig. Man müsste wenigstens wissen, was... ... in welche Richtung es dann geht. Weil ich mich ja frag, es gibt ja noch einen weiteren Androiden auf dem Cover. Das ist, das ist... Die sieht ja sehr ähnlich aus wie Turbino mit langen Haaren. Ich würd gern wissen, wer das ist. Ich würd echt gern wissen, ob das jetzt, dann... ... ein, sagen wir, Feind ist, oder ob wir das dann sogar sind. Ja, äh, das war Nier Automata. Jetzt kommt April, April. Okay, ein Kampfende. Wir haben also die Nachricht, wo es gern ist, ja. Äh, alle Spieler, vielen Dank fürs Spielen von Nier Automata. Wir haben eine besondere Mitteilung für euch. Dieses Spiel hat verschiedene Storylines, die bei jeder Partie anders verlaufen. Ihr habt den A-Weg gesehen, doch es gibt noch viele Story-Elemente und Änderungen am Gameplay-System, die ihr noch nicht gesehen habt. Wir empfehlen euch daher, dringend das Spiel noch einmal durchzuspielen, um Nier Automata im vollen Umfang zu erleben. Wir hoffen, dass euch der Rest des Spiels gefällt, mit freundlichen Grüßen Square and XPR. Stimmt, als eure Optionen für Optionskategorie anderen zu... Oh, cool. Speichern. Ja. Ja, hier, 16 Stunden. Nimm mal hier nach dem Lernen. Wer spielt jetzt ab? Wer? Äh, wähle Fortfahren, um mit den Speicherdamm fortzufahren, mit denen du das Spiel abgeschlossen hast. Okay. Ja, ich würde mal sagen, äh... Das war scheinbar doch eine komplette Storyline. Also wir haben jetzt einmal das Spiel durchgespielt. Haben wir echt? Okay, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und... Es kann sein, dass jetzt in der nächsten Zeit dann, wenn ich jetzt keine Automata mehr auflade, die Videos unregelmäßiger kommen, weil ich nicht unbedingt jeden Tag Bock hab, da sowas wie LOL oder so aufzunehmen. Einfach, weil ich mal einen scheiß Tag hab, weil die Leute, mit denen ich spiele, nicht zum Aufnehmen geeignet sind. Da gibt's auch ein paar. Oder weil ich einfach keine Lust hab, äh, da alles einzustellen, weil mit... Ich muss ja noch mit OBS dann alles einstellen, dass die Qualität gut ist und so, dann eventuell die Videos bearbeiten. Nein, das will ich jetzt nicht sehen. Ähm... Und deswegen... Wollen wir sagen, wir sehen uns dann beim nächsten, was auch immer ich mache. Und dann... Ciao. 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 Ciao.